Ich war sehr überrascht, als mir die Kleine vorgestellt wurde. Ich traf natürlich früher ein, als bestellt mit einem Kuchen, einem sogenannten Petivier. Es stellte sich heraus, dass dies auch das Lieblingsgebäck der Kleinen war. Sieg'ö, sans être vraiment belle, elle est un je ne sais quoi. Ich erinnere mich noch an den Schrecken, den mir das erste Automobil einjagte. Ich stehe auf einem Kartoffelfeld an der Route National Paris-Strasbourg und verlege ein durchdringendes Sirenengeräusch. Zwei Monate später ist ein engliges Automobil in eine Pappe in den Straßenrand gekracht. Tous les suivants du monde devraissent donner la main. Voilà ce que je crée, la nuit dans mon délire. Au suivant! Au suivant! Zufall oder nicht. Schicksal oder fügung. Der Mensch lernt wahrscheinlich nur dann, wenn er selbst vom eigenen Leib getroffen ist. Aber immerhin, seit 70 Jahren leben wir hier in Mitteleuropa in Frieden und Wohlstand. Zufall, wenn es um hier zu sein, wo er sich nicht mehr gleich verraten, ist nicht mehr verraten. Wenn wir mal ein bisschen verdammel. Der Mensch lernt es nicht mehr mit! Erwann, wenn wir es ein billiger, das ist eine klart! Erwann, wenn wir das sind! Der Mensch liggende, der Mensch liggende. Erwann, wenn wir es nicht mehr verraten, dass wir die種 colourun. Amin, le monde entier.